Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich möchte euch begrüßen! Verritte Winter! Über nächstes Jahr! Über nächstes Jahr, das heißt, es kann man ja vielleicht schon vor Weihnachten, wie dir ein Konzert mobiliert, eine berühmte Operinstimme! Wie wenn da wirklich ein klassisches Konzert machen würde, ich habe ein so schönes Haus, und es hat auch die ganze Kultur, wo es da war, ein Stück weit boxen ist, wo es in Angebung entstanden ist, die auch an Sonn und Kern, so passiert, irgendwann mal hergekommen wird. Und jetzt möchte ich einen Literaten begrüßen, er ist ein Bachmann-Preisträger, er ist auch Winterschreiber, er hat auch Theaterstücke gespielt, der Donny D.K. der Donny D.K. Ich finde es sehr gut, dass du sehr glücklich bist. Wir wollen auch gerne von der Niederlosen herren, die ganz herzlichen, etwas Preis zu geben. Du kannst doch mit mir etwas von deinen Zitaten bringen, du kannst aber auch wiederbreden. Ich hoffe, das kann sein. Es ist sehr einfach. Danke. Ich möchte dich vielleicht wieder vorstellen. Du hast heute ganz was Großartiges auf die Füße gestellt. Man fährt da so ein Stück durch den Wald und denkt, wo bin ich heute engagiert? Und dann sitzt da der Publikum und denkt, das sind ja die Menschen. Ja, man glaubt, man ist ja ein paar draus. Jetzt kannst du gucken, wo ist jemand noch lange in der Hintergrund. Ich möchte das nicht. Wir müssen kurz umstechen und dann gehen wir zusammen. Okay, danke. Ich muss nicht kurz, weil er ist später gekommen, das Ganze. In NAS Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020